In diesem Video stecken wir Moritz in den extremsten Escape-Room. Wir fahren gleich zu ihm nach Hause und werden ihn von dort aus entführen und einfach random hier einsetzen. Und er hat keinen Plan, was passiert und wo er gerade ist. Hier sind überall gruselige Fallen eingebaut und er wird die ganze Zeit erschreckt. Ich hab sogar einen Kettensägenmann besorgt. Aber als erstes würde ich sagen, wir müssen Moritz von zu Hause erstmal hier hinholen. Okay, wir sind jetzt bei Moritz. Was willst du? Zehn von zehn. Okay. Hallo. Hey Leute, meine Freunde. Kommt doch jetzt Helga mit jedem erhältlichen Store. Bei Netto, Edeka und bei Kauflern, Leute. Moritz, Mann, du weißt? Er meinte, ich hab jetzt so aufgeregt. Er ist so aufgeregt. Ist aufgeregt. Ja, komm, wenn wir uns jetzt los? Egal, was passiert. Du machst mit, ne? Nö, du spielst mit. Ich hab ja gesagt, wenn irgendwas peinlich ist und mit peinlichen Situationen, bevor spielen Leute rein. Dann kann ich mal reden, dass er aufgeregt kommt. Ich sag dir ganz ehrlich, dieses, nachdem du einmal einen Malle darf ich vor dem Regierkönig. Ja, ich mach nicht mehr alle mit. Na, Mann, Mann. Hä? Wir müssen jetzt los. Ach, du Scheiße. Oh, nö. Ja, das habe ich auch. Ich habe doch ein bisschen an. Oh, nö. Okay, dann muss ich da jetzt kommen. Wir müssen abführen. Abführen. Brun, brun, brun. Nicht so schnell, nicht so schnell. Nicht so schnell, nicht so schnell. Brun, 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 brun. Brun, brun, brun. Brun, 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 brun. Brun, brun, brun. Ich habe Angst nicht im Krieg. Ich brauchst keine Angst haben. Okay, Brun, wenn ich deine Stimme höre, ich habe meine Extreme Angst. Nein, du brauchst doch ein bisschen. Brun, was ist das? Was ist das? Oh mein Gott, Digga. Brun, what the fuck ist das, Digga? Fahr mir jetzt zum Nürburgring oder so? Was ist das? Was ist das? Wer kennt mich so ein Psychopath? Bruder. Mach das hier nicht aus Spaß. Okay, okay, okay. Warum sagt niemand was in diesem Auto, Digga? Wer war die zweite Person, die mich angegriffen hat, Digga? Sei ruhig jetzt. In die Scheißtrickern. Ach du Scheiße, Digga. Wo ist mein Handy? Das Handy nehme ich dir jetzt ab, hier? Kein Handy mehr. Bruder, drück mich nicht um. Hilfe! Ah! Hilfe! Ich bin entführt. Nein, nein, das ist alles kein Spaß. Das ist kein Spaß. Hilfe! Jetzt sind... Boah! Was ist das denn schon wieder hier? Mit dem Fahrer habe ich gesagt, äh... Warum fahrt ihr so geisteskrank? Der Fahrer kann auch kein Deutsch. Er versteht dich nicht, ne? Kann auch wirklich kein Deutsch. Nein, Polsny, Polski. Wen habt ihr noch engagiert? Bruder, was macht ihr hier? Jetzt war ehrlich, Digga. Äh, did Johannes pay you enough? I will pay you in trouble. I will... Fuck you! How much did you get paid for this? Fuck you! Digga, wie viel zahlt, Digga? I give you 500 Dollar. If you stop it now. No, fuck you. No money. Wer ist das, Digga? Oh, das ist irgendwie so ein... Ach, das ist der Flughafen, Digga! Nein, das ist nicht der Flughafen. Aber bei 200.000 Abonnenten werde ich einen kompletten Flughafen mieten. Das krasseste Highlandseek ever machen. Also sprengt jetzt den Abonnieren-Button und macht die 200.000 Abonnenten voll. Denn ich habe auch gesehen, dass 90% von den Leuten, die diese Videos regelmäßig gucken, diesen Kanal nicht abonniert haben. Daher lasst unbedingt ein Abo da. Und wenn ihr jetzt 100 Euro gewinnen wollt, spammt die Kommentare voll. Denn ich verlose 100 Euro unter den ersten 1000 Kommentaren. Also spammt die Kommentare voll und mit etwas Glück gewinnt ihr 100 Euro. Weiter geht's. Jungs, das Auto fällt gleich so auseinander von diesem Fohlen, ne? Der hat gleich kein Auto mehr. Ich sag dir ehrlich, das hört sich nicht gut an, Digga. Der könnte noch irgendwas bringen. Ah! Was ist das? Ah! So, thank you, thank you. Was für'n scheiß Stempel, Digga. Wir gehen jetzt in den Club oder was? Hilfe! 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 Ich werde entführen! Nein, 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 ich bin nicht mehr auf der Straße. Ich bin nicht mehr auf der normalen Straße. Digga, wo sind wir? Was passiert ihr gar nicht? Hey, komm mit, Moritz. Geh rein. Ich kann nicht mehr, Digga. What the fuck, Junge. Ach du Scheiße, Digga. Ach du Scheiße, Digga. Ach du Scheiße. What the fuck. So. Ach du Scheiße. Greif jetzt hier. Bin jetzt alle raus. Oh Junge, was denn soll das? Hä? Tschau, Moritz. Hi. Absetzen. Dass wir euch zu unserem Schutz und diesen Isolierung gemacht haben. Was ist das? Dirk. Wenn ihr infiziert seid, dann beträgt die verbleibende Inkubationszeit nur 60 Minuten. Danach seid ihr tot. Rettet euch und die gesamte Menschheit. Bruder, aber es ist auf einmal jemand Menschheit retten, Digga. Also ich sterbe in 60 Sekunden. Was? 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 Das ist nie gut gekonnt. Noch 60 Minuten und dann ist irgendein Virus bricht aus. Durch den Start. Don't forget. 6, 1, 8, 9, 2. Also wenn ich das wahrscheinlich hier eingeben muss. Passiert nichts. 6, 1, 8, 9, 2. 6, 1, 8, 9, 2. Nicht vergessen. Ah. Ah. Geil. Okay, okay. Wenn ich das hier drücke, dann wird das hier klar. Ach du Kack. Es gibt so viele Sachen. Das ist ja unglaublich. Drück den Knopf vor dir. Hier ist kein Knopf vor mir. Hier ist kein Knopf vor mir. Virus Test. Ah ja. Virus Test. Drück mir mal den Knopf hier. Aha. Halt mal deine Hand rein. Nein. Oh. Okay, okay. Krass. Das ist witzig. Mir steht infiziert drauf. Alles klar. Also bin ich jetzt scheinbar hier in Quarantäne? Ja, wir wollen nichts mit dir zu tun haben. Deswegen. Oh Junge, wollt ihr mich verarschen, Digga? Was ist mein Ziel, Johannes? Du musst rauskommen. Gut. Also hier muss ich irgendwie rauskommen. Hier gehts also irgendwo weiter oder wie? Okay. Okay, hier ist eine Pinzette. Es steht 12. 1, 2, 4. 1, 2, 4. Mal gucken, ob das was bringt. Geht nicht. Ah, ah, jetzt. Okay, hat nur geklemmt. Ah, wir haben es auf. Okay. Sehr gut, sehr gut. Wir haben hier nur einen Hinweis. Alter, 10 Minuten habe ich dadurch verloren. Ich glaube es ja nicht. Boah, was ist das denn? Was? Da steht irgendwas, aber ich weiß nicht. Da muss ich vielleicht so... Aha! Oha! Wie geil! Neom... Neom-Syn. So sieht man nichts. So sieht man dann... Okay, ich hab ja einen Hinweis nach dem anderen. Okay, krass. Neom-Syn. Ja, nicht Neom-Syn, das ist falsch. Ja, Johannes, jetzt halt doch einfach deine Klappe da oben, Digga. Du wehrst mich. M-A-I-S-I-M-S-I-M-Neom... Was? Was für ein Wort fängt denn mit Neo an? Ich will den Raum. Neomizin. Bruder, das ist doch kein Wort. Das ist eh sein Wort. Du bist nur ein Idiot. Okay, Digga. Was ist das denn? Neom-Syn. Bruder! Opengus, Zynamir, Brevitol... Ah! Hier haben wir doch was. Neom-Syn. Das kennen wir doch schon auch. Das kennen wir doch noch. Ich denke mal, es muss so stehen. Aber wo muss das hier stehen? Muss irgendwann noch ein anderer Hinweis sein. Okay, das ist der Hinweis dafür. Hier... Okay, 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 okay. Ja! Wir haben's, wir haben's. Okay, hier ist das Viereck. Das heißt, hier muss auch irgendwo... Ist hier noch so ein Drehring? Ach, da ist da noch ein Drehring. Perfekt, wir haben's. Und hier muss ich dann wahrscheinlich... Oh Gott, Brille. Brille, Madrid... Ah, Köln wird sein. Die Zahl ist 3. Also wird das eine 3 sein. Ich habe jetzt zwei Rätsel gelöst. Einmal das hier und das Rätsel habe ich gelöst. Dafür habe ich zwei Zahlen bekommen. Jetzt muss ich nur noch die dritte Zahl finden. Und das ist jetzt die große Frage. Guckt euch das an, wie cool das ist. Man kann einfach drücken und dann... Disco! O2G4K1O5N3. O... Go... 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 Kong... Kongo! Kongo, Digga! Ich bin ja komplett lost. Kongo, Digga. Kongo, aber hier steht nirgendwo Kongo. Kongo... Kongo-Virus! Ich hab's doch. Kongo-Virus, eine 6. Ich bin doch da, Leute. Ich hab das doch alles in der Kontrolle hier. Also müssen wir irgendwie 3 und 6 jetzt hier eingeben. Ja! Ganz geknackt. Let's go, Freunde. Let's go. Oh Mann, ich will hier einfach nur raus. Ich hab nur noch 30 Minuten. Scheiße, das geht ja... Das verfehlt ja wie im Flug hier. Wenn Moritz in diesem Moment nur wissen würde, dass der Kettensägenplan ihn schon im nächsten Raum erwartet, um ihn zu erschrecken, wäre er wahrscheinlich komplett ausgeflippt. Bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, um nichts mehr zu verpassen. Was ist das hier? Da steht nur ein Pfeil nach rechts. Boah, was soll das denn jetzt hier wieder sein? Oh, nö! Ah, endlich! Okay, ein Schlüssel. Wofür ist er? Wofür ist er? Wo war denn hier noch ein Schloss? Irgendwo hab ich da noch ein Schloss gesehen. Ich weiß es doch noch. Schloss öffnen, Spinde vorsichtig nach rechts auseinanderziehen. Rechts auseinanderziehen? Das Ding kann er auseinanderziehen? So, ziehen wir mal den Mantel an hier. Wer hat denn hier diesen Mantel hier liegen lassen? Oh! Ach, der Professor! Natürlich ist er den Schlüssel hier noch drin gelassen. Da haben wir den Schlüssel doch. Okay, okay. Rechts auseinanderziehen. Okay. Was? Noch ein Raum. Yeah! Okay. Okay, ich hab ne halbe Stunde gelaufen. Irgendwas muss ich mir merken. 6, 1, 4, 1, klar. Aber ich hab vergessen. Okay. Ah! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Alter, was? Was ist denn jetzt los? Der lässt sich nicht rein. Ah, nein! Ah! Das ist der absoluter Stress für diesen Mann. Er ist einfach da. Alles klar. Und an der Stelle ein fettes Shoutout an The Great Escape Cologne. Das ist der Escape Room, mit dem wir das ganze Video gedreht haben. Echt sehr, sehr, sehr korrekt, dass ihr so kooperativ wart und mitgemacht habt. Schaut auf jeden Fall bei den Jungs und Mädels vorbei. Die haben auch noch andere Escape Rooms. Also wenn ihr mal einen geilen Escape Room besuchen wollt in Köln, dann kann ich diesen euch wärmstens nur empfehlen. Also schau dir gerne vorbei. Der Link ist in der Beschreibung. Vielen Dank fürs Unterstützen. Oh, wenn ich jetzt hier jedes Buch lesen soll, Junge. Ich hoffe mal nicht. Clara, Fritz, Dorothea, Antonia, Ernst. Okay. F-C-D-A-E. Okay, ich weiß drauf. Okay, okay, okay. Hier ist eine Zahl. Warum sind die alle so gruselig? Warum schauen die mich die ganze Zeit an? Was soll denn der Scheiß? Warum steht hier jemand mit einer Schweißmaske? Mir gefällt das natürlich auch. Das Ganze mich rauslassen. Hier haben wir doch was gefunden. Und wir haben's doch. Wir haben's doch. Wir haben's doch. So, Lichtgeber an jetzt hier. Wer hier der Elektroinstallateur war, der war ja wirklich auch ein bisschen Fusch am Werk. So, hier machen wir das rein. So. Aha. Aha, hier ist ein Code. Ah, wir haben einen Code bekommen, Freunde. Wunderbar. Der Profi. C55LU. Ich hab noch einen Schlappen, Junge. Mit Badeschlappen wurde ich hier rausgeführt. Boah, was ist das denn jetzt? Was sagt der? Johannes, du bist so ein Affe. Oh mein Gott, eine Schlange, Johannes. Ist das eine echte Spinne? Oh mein Gott, das ist eine echte Spinne. Krank. Ah. Hier haben wir doch was. Vielleicht ist hier der Code von draußen. Vielleicht geht hier der Code von draußen. Das wär geil. Das wär doch mal ne Sache, die wär doch mal echt cool. Oh. Ja. Ja. Wunderbar. Okay, und wir haben einen Stempel bekommen. Mal gucken, was der macht. Na, der Stempel, der hat schon eine Zahl vorgegeben. Alter, hier gibt's so viele Zahlen. Ich bin ja gefühlt wieder im Matheunterricht hier. Ich kann's nicht mehr. Das Licht bitte wieder an. Clara, komm. Nicht an. Wunderbar. Danke. Ne Landkarte. Dann Kasachstan. Und da sind doch auch wieder schöne Sachen draufgeschrieben. Ich kann nicht mehr, Räger. Also irgendjemand hier ne ziemliche Krakelschrift. Der sollte auf jeden Fall nochmal im Grundschulunterricht geben. Und rasten wir so richtig aus. Und dann so zwei Sekunden. Und dann stelle ich wieder hin und mach nichts. Also richtig so. Komm mit. Das hier ist die Null. Ah, jetzt haben wir's doch. Okay, okay, okay. Also 8, 1. Junge, noch mehr Zahlen. Ich glaube, es hackts. Okay. Ich mach deinen überhaupt nicht nervös, dass du das für so'n Schwein beoberst wirst. Komm mal so langsam wieder zum Modus. Nicht ganz langsam. Geh so langsam. Ah! Ah! Digga, nein, 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 nein. Das stimmt nicht. Nein, nein, nein. Verzieh dich, Digga. Verfolgt mich, das Schwein, Junge. Warum verfolgt es mich? Nein, nein. Ich will doch nur meine Arbeit erledigen. Hier in den Schlüssel. Geh so richtig nah. Unangenehm nah an ihm. Ich kann nicht mehr, Digga. Warum lässt es mich nicht in Ruhe? Scheiße, Digga. Wenn er wieder in den Raum reinkommt, wir erschrecken. 6, 1, 8. Hat uns das schon was gemacht? Hab ich das schon genutzt? Ja, das hab ich schon genutzt. Was für ein Buch würdest du mir empfehlen? Dürremat. Dürremat. Ah, Digga. Geil, 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 geil. Es erschreckt mich jedes Mal. Warum? Okay, Dürremat. Mal gucken, wo ist denn das hier? Ich hab ihm gehasst immer das Buch. Ach, da ist er doch. Dürremat. Ich seh ihn doch. Ich bin dumm. Aha. Festdrücken. Nein. Nein. War das die ganze Zeit so, dass ich hier einfach nur drücken musste? Oh mein Gott. Ich kann nicht mehr. Okay. Okay. Noch 20 Minuten vorne. Wir sind im dritten Raum. Das erschrecken sie mir dabei auch nicht mehr. Ich würd sagen. Ei, ei, ei. Das ist ja wieder nochmal. Ich glaub, hier ist wirklich der Ausgang, der Ausgänge. Hier ist ein roter Knopf. Okay, der macht aber nichts irgendwie. Spiegel nicht verstellen. Okay, das heißt, der wird irgendwas bedeuten, der Spiegel. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Okay. Ah, ah. Was? Okay, okay, okay. Jetzt sind wir weitergekommen. Jetzt sind wir weitergekommen. Jetzt haben wir den Schlüssel. Wo muss der rein, ist die Frage. Also, wenn ich das hier schaffe. Okay. Ist das eine Wärmebildkamera oder was ist das? Das ist ja ultrabild. Okay. Was mach ich mit dieser Lochkamera? Steck fest. Aha. Jetzt ist was zu sehen. Jetzt ist was zu sehen. Handschuhe plus Kittel plus Gummistiefel. Handschuhe plus Kittel plus Gummistiefel. Also, auf dem hier steht 8. Also, plus 8. 6 plus 38 plus 8. 6, 38, 8. Ich kann auch keine andere Ziffer sein. Ach so. 9. 38, 8. Oh, jo. Gott sei Dank. Noch mehr Codes. Ah. Das ist eine der Sachen, die hier stehen wenigstens. Was du gefunden hast, ist ein Magnet. Ah. Okay. Aha. Junge, geil. Aha. Okay. Wo ist das Ei hingefallen? Ah. Das Ei geht auf. 9, 7, 5, 6 A. 9, 7, 5, 6 A. Ja. Und wir haben noch eine Dose. Wir müssen jetzt hier ein paar Sachen anmachen. Osmio, Detoxid, Methanhydrat, Methan, Benzyl, Cäsium. Ein Krypton. So. Oh. Nein. Nein. Was heißt das? 3, 2, 0. 3, 2, 0. 3, 2, 0. M1, Ma, Li. M1, Ma. Jetzt kriegt ihr da so einen Code. Li. Ah, nein. Oh Gott. Waru. Waru. Vt. Waru. Vt. Ok. Aha. Ist rot, ist rot, ist rot, ist rot. Irgendwas geisteskrankes passiert. Irgendwas krankes passiert hier. Oh mein Gott. Es ist grün geworden. Ich hab's geschafft. Rückwunz, du bist raus. Die anstrengendste Stunde meines Lebens. Geil. Lass ein Like und Abo da. Bis zum nächsten Mal. Und tschau. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.